Ich habe eine Sache, die du zum Beispiel gesagt hast, war diese Out-of-Body-Experience von deinem Kollegen, der eine Frau operiert hat und die, kannst du dir vielleicht mal kurz erzählen, wo er sie ins künstliche Koma versetzt hat und die Frau klinisch tot war. Ja, genau. Ich habe ja dieses Buch geschrieben und Kopfarbeit und die Frage ist immer, wie fängt man so ein, wie fängt man so ein... Was ich mir heute kaufen gehe? Was du dir heute kaufen gehst, genau. Was ihr euch alle kaufen geht heute. Ich mache keinen Spaß. Wenn du es dir möcht. Ich schreibe dir, wenn ich es dann auf Lungen inhaliert habe. Okay, du kannst aber auch schreiben, wenn du es nicht gut fandest. Aber die Geschichte, ich habe mich immer gefragt, wie fängt man damit an mit dem Buch? Weil ich bin ja kein Autor, für mich war das ja auch wieder ein Lernprozess. Und ich glaube, man verbringt schon die meiste Zeit, wie fängt man an. Es ist immer komisch, dass man immer darüber nachdenkt, wie man anfängt. Na gut, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ich mache jetzt mal die Geschichte, die mich damals auch berührt hat. Weil dieser Chef, von dem wir vorher gesprochen haben, der mich dann so begleitet hat und der mein Vatersatz war, hat mir relativ frühzeitig ein Buch gegeben. Von einem ganz tollen Neurochirurgen, der in Amerika war, der damals in Phoenix war. Spätzler hieß der und das war der Freund von meinem Chef, der Schmiedeck hieß. Und die beiden waren Buddies und über denen ist ein Buch geschrieben worden, wo er seine Fälle beschrieben hat, wo die Fälle beschrieben wurden. Und ein Fall, da erinnere ich mich noch, da habe ich das Buch gelesen, dann habe ich den Fall gelesen und dann habe ich mir gedacht, what a shit. Ist das cool. So, solche coolen Sachen und so eine coole Haltung, die möchte ich auch haben. Das möchte ich lernen. Und das ist eine Geschichte, wo der eine Operation gemacht hat oder er war bekannt für Operationen, wo der ein ganz komplexes Aneurysma, also ein Aneurysma ist so eine Gefäßmissbildung und wenn man die nicht behandelt, dann können die platzen und die Patienten können wegen der Blutung sterben. Also wie so eine Blase in ein Gefäß? Genau. Oder? Genau. Und die war so groß und an so einer komplizierten Stelle, dass man nicht einfach hingehen konnte und die zubinden konnte, sondern man musste eine sehr schwierige und komplizierte Operation machen, wo man auch teilweise Gefäße vorübergehend verschließen musste. Und das weißt du wahrscheinlich, das Gehirn toleriert nur zu einem ganz kleinen Grad, wenn es mit Blut nicht richtig versorgt wird. Also wenn du überall alle Gefäße zumachen würdest, wird Zünffluten dauern und du wirst überall Schlaganfälle bekommen und wirst nicht mehr richtig aufwachen. Wieso ist das aber eigentlich so? Naja, weil das Gehirn so stoffwechselintensiv ist, genau. Und du kannst ein kleines Gefäß mal zumachen, dann können die anderen das ersetzen, aber wenn alle Gefäße zugehen, dann hast du nicht viel Zeit. Krass. Und wenn jemand ertrinkt, zum Beispiel wenn jemand ertrinkt, weil ich es gerade sage, Kälte, runterkühlen, also du kennst diese Fälle, die im Eiswasser ertrinken und dann plötzlich nach 45 Minuten wieder reanimiert werden. Warum ist das so? Weil die Kälte den Stoffwechsel im Gehirn gesenkt hat. Oder Tiere, die im Winterschlaf sind, brauchen ganz wenig Energie, weil die sich so runterkühlen. Und das hat er auch gemacht. Damit er mehr Zeit bekommt am Gehirn, hat er seine Patienten auf 20 Grad, 24 Grad runtergekühlt und hat das Herz stehen lassen. Also er hat das Herz stehen lassen und damit er mehr Zeit hat, wurden die Leute runtergekühlt. Und dann waren die quasi für 45 Minuten tot. Denn was ist die Definition von tot? Dass keine Durchblutung mehr im Gehirn ist. Das ist der Hirntod, ja. Und dann waren die quasi im künstlichen Tod. Und dann hat man die Maschine wieder angeschmissen, dann hat die wieder warm werden lassen. Und dann haben sie meisten, es war schon eine sehr riskante Geschichte, da ist auch schon ziemlich viel nicht gelungen. Nur kurz eine Zwischenfrage. Ich weiß, das ist jetzt nicht der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Aber wieso, also ich senke quasi die Stoffwechselintensität, aber wieso habe ich dann zum Beispiel keinen Infarkt oder einen Schlaganfall, wenn es blutet ja trotzdem, oder nicht? Ne, also ein Schlaganfall kann ja sowohl, du kannst einen Schlaganfall haben, weil du zu wenig Blut hast. Das ist die häufigste Form. Und du kannst einen Schlaganfall haben, weil es irgendwo reinblutet. Eines ist der blutige, das andere ist der Sauerstoffmangel-Schlaganfall. Und wenn du keine Durchblutung hast, dann hast du einen Sauerstoffmangel. Und wenn die Hirnzellen in ihrem Stoffwechsel, in ihrer Aktivität runtergehen, also quasi schlafen, verbrauchen sie weniger Sauerstoff und haben längere Zeit, mit der Reserve, die sie haben, auszukommen. Okay. Also auf gut Deutsch, die können länger die Luft anhalten. Okay. Und der hat eben diese Operation gemacht und dann war die Patientin 45 Minuten lang klinisch tot und hat dann nach, und dann ist sie aufgewacht, ist alles gut gewesen und jetzt kommt das Krasse, was mich so beeindruckt hat und was dann auch da in dieser Einleitung, in diesem Vorwort steht. Die hat dann eben berichtet, dass sie aus dem, dass sie gespürt hat, dass sie aus dem Körper raus ist und irgendwo da oben in der Ecke gesessen hat. Und da haben alle gesagt, ja, schon recht, weil der normale Chirurg glaubt es jetzt eigentlich nicht so sehr, dass das möglich ist. Und wie war es, noch zwei Jokes und... Genau, und dann hat sie aber Dinge erzählt, die passiert sind, die sonst kein anderer wissen konnte. Was hat sie erzählt? Naja, wie die Leute gesprochen haben. Ich weiß ja nicht genau, aber über Gesprächeinhalte wusste sie Bescheid oder sie wusste Bescheid, dass es bei einem bestimmten Step in der Operation ein Problem gab und der vielleicht geflucht hat oder so. Hat, war sie bei Bewusstsein bei dieser OP oder war sie... Die war per Definition sicherlich nicht bei Bewusstsein, weil sie hat ja keine Hirndurchblutung gehabt. Aber war die... Die hat null Ligen gehabt. Narkose oder... Ja, die war in Narkose, aber das Gehirn war nicht durch... Ah, okay. Nein, aber ich meine, sie war jetzt nicht irgendwie wach und unsere Definition vom Tod ist irgendwie falsch oder unser Verständnis ist falsch und sie war irgendwie noch so halb beim Bewusstsein. Ja, ne, die war Nulllinie. Burst Suppression heißt das auf Englisch. Äh, und? Was ist das? Tiefste Form des Komas. Also man macht so viele Schlafmittel, dass das Gehirn auch plattgelegt wird. Also man kühlt nicht nur runter, sondern man legt das Gehirn auch richtig schlafend, sodass es wirklich im Tiefschlaf ist. Und? Und dann hat sie halt beschrieben, dass sie danach, als sie wieder aufgewacht ist, ist sie wieder zurück. In ihren Körper. Das hat sie danach auch noch erzählt und hat noch 17 Jahre gelebt. 17, glaube ich, ja. Das hat natürlich auch einen gewissen Medienhype ergeben, weil das ist doch schon eine coole Geschichte irgendwie. Mich hat natürlich mehr die Operation fasziniert, dass sowas möglich ist, aber auch diese spirituelle Erfahrung von der Patientin offensichtlich. Aber das war so eine, dann habe ich gedacht, das will ich auch machen. Und drei Tage später habe ich ein kleines Bohrloch ins Hirn gemacht, was weniger komplex ist, aber für mich die größte Operation zu dem Zeitpunkt war. Achso, deine erste OP. Ja, genau. Wie, das ist, dazu habe ich eine Frage, weil das geht ja scheinbar, ich weiß nicht, ob das jetzt dein Spezialgebiet ist oder so, beziehungsweise ob dich das interessiert, aber das geht ja scheinbar bei so halluzinogenen Drogen, kannst ja diesen, also dieses Sense of Self findet ja statt, sagen Leute, in diesem Default-Mode-Network. Okay. Und wenn du dort quasi die Durchblutung... Ich bin mein Spezialgebiet, aber red weiter. Wenn man dort die Durchblutung rausbekommt, dann hat man so eine Art psychologische Nahtoderfahrung und die wollen das, also die legen das ein bisschen analog zu diesen Nahtoderfahrungen. Und wo soll das lokalisiert sein? Weißt du, wo ist das? Dieses Default-Ding da, wo ist das? Default-Mode-Network? Ja, wo ist das? Ist das nicht, ist das doch eine Ansammlung von Hirnarealen? Ja, ja, aber wo? In welchem Bereich das Ganze? Könnte ein limbischem System sein. Ich vermute, solche Sachen sind immer im limbischen System. Google mal kurz, Google mal Default-Mode-Network und dann wird da stehen halt, welche Hirnareale da alle dabei sind. Das ist quasi halt netzwerkmäßig. Parital, okay. Nicht im limbischen System. Oh, doch hinten, ja. Ein bisschen hinten, wo es hinten runter geht, Balken. Im Balken, ja. Also doch so ein bisschen diese Verschaltung vom limbischen Netz. Ja, cool. Aber sag mal, aber das zeigt ja auch, dass du nie einen bestimmten Punkt hast, sondern dass es immer mehrere Dinger sind, die aufflackern, ja. Ja, das ist genau, so hier, präfrontale Cortex, Paracuneus, Gyrus, Zinguli. Genau, der präfrontale Cortex ist auch das Ding, wo wir über die Planung gesprochen haben, ne. Das ist auch da. Ist ja gerade, sag ich mal, das gehypteste Ding, weil man sagt, nur wir Menschen haben den. Ja. Krass, also das und bei diesen Out-of-Body-Experiences, hattest du sowas mal bei deinen Patienten oder so, dass jemand... Nee, hat mir keiner beschrieben. Keiner? Mhm. Aber du hast auch noch nie Leute runtergekühlt, das ist jetzt nicht dein Stil. Muss man nicht mehr, wir haben die Operationen so ein bisschen verändert und machen jetzt andere Strategien. Was macht ihr jetzt damit, ihr das... Oh, wir legen jetzt... Also da war die Strategie, dieses Aneurysma mit solchen Clips, mit solchen Mini-Wäscheklammern halt so abzuklippen. Ja? Ja, das machen wir jetzt bei solchen großen Dinger nicht mehr. Jetzt machen wir einen Bypass. Jetzt würden wir ein Gefäß legen vom Hals zum Kopf da hoch und dann würde dieses Gefäß dafür sorgen, dass weiter Blut fließt. Ihr macht vom Hals ins Hirn Bypass? Ja, genau. Nehmen wir dann... Was? Nehmen wir die Arterie aus dem Arm oder die Beinarterie. Ehrlich? Ja. What the fuck? Das ist ja verrückt. Das ist echt verrückt. Ey, crazy, crazy. Aber das sind mitunter die kompliziertesten Operationen oder aber auch die spannendsten. Also insofern habe ich es... Es hat sich auch immer gerührt, dass ich dann quasi viele Jahre später die gleichen Sachen behandle wie der Typ in dem Buch und ich das insofern dieses Ziel zumindest mal erreicht habe oder dieses Privileg habe, das machen zu dürfen. Ich weiße.